Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen hier bei einer neuen Folge am Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite heute der Searo. Hallihallo. Hallo und wir reden heute über den Film A Sacrifice oder wie im Deutschen heißt Berlin Nobody, weil jeder Film braucht einen eingedeutschten englischen Titel anscheinend von der Regisseurin Jordan Scott, die die Tochter von Ridley Scott ist. Und nachdem wir jetzt zumindest die Familienverhältnisse in der Produktion geklärt hätten, magst du kurz mal zusammenfassen, um was es geht? Lieben gern oder ja, einer muss es ja machen. Also wir haben den amerikanischen Sozialpsychologen Ben Monroe, gespielt von Eric Banner. Der untersucht gerade so eine örtliche Sekte. Die ist jetzt zufälligerweise, wie es der Filmname im eingedeutschten Jahr schon heißt, in Berlin. Und da ist das so ein ganz beunruhigendes Ereignis, wo die auch mitten in Verbindung stehen. Und währenddessen kommt ihn gerade auch seine Tochter aus den USA besuchen. Und die verschaut sich dann in so einen mysteriösen jungen Mann. Und ja, er hat wohl auch noch was mit dieser Sekte zu tun. Und da entspinnen sich so ein paar Sachen. Und beim Ende muss halt der Psychologe schauen, dass er seine Tochter, ich sag mal, ohne viel zu Spoiler ins Trocken gekriegt. Ja, genau. Du sagst ja schon, da entspinnen sich so ein paar Sachen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt nicht viel vorweg, wenn ich jetzt mal sage, dass wir beide jetzt nicht so die Fans von diesem Film sind. Weil was sich da so entspinnt, also man schaut den Film halt fünf Minuten, wenn man mindestens einen anderen Film davor gesehen hat, weiß man halt, wie das Ding ausgeht. Oder wie ist die da gegangen? Ja, zwischendrin dachte ich immer so, ey, da sind so schöne, coole Ansätze dabei. Ich wollte ihn, den, also ich bin ehrlich, ich wollte den mögen, weil ich vorher schon von unserem Kollegen Stu gehört hatte, der ist richtig schlecht. Da dachte ich mir, also jetzt musst du den ja mögen. Irgendwie musst du finden, was gut ist. Aber es fiel mir in der Dauer immer schwerer, weil er verkackt halt alles, was er gut anfängt, verkackt er dann nach ein paar Minuten und er wird halt immer nur noch schlechter. Ja, also ich bin ja generell immer dafür, ihn Stu zu widersprechen. Das ist ein gutes Hobby von mir. Aber da muss ich ihm leider auch zustimmen. Es ist, ich weiß nicht, was mit diesem Film anfangen soll. Man schaut in fünf Minuten, man weiß ganz genau, was passiert, die unter großen Anführungszeichen Twist, die sie dann auf einmal reveal, wo man sich denkt, aber das wusste man doch schon, oder? Oder ist es einfach nur, weil alles nach Schema F abläuft, dass man genau wusste, dass das passiert? Und ja, der baut meiner Meinung zumindest nach keine Spannung auf. Es tut sich nichts und er ist wirklich anstrengend zum schauen, der geht auch nicht so lange, der geht ja auch nur, oder? Der geht doch nur so, ja, eineinhalb Stunden, ne? Fühlt sich aber an wie mindestens zweieinhalb, weil sich nichts voran bewegt, weil alles immer auf der Strecke irgendwie bleibt und das war einfach nur anstrengend. Das Problem ist ja auch, er nimmt sich sehr, sehr ernst, was er hätte auch sein können, aber die sind alle so trotzdem immer nett und freundlich und es kommt nichts Böses, auch bei den Antagonisten kommt mir nicht wirklich rüber, dass die wirklich fies und gemein sind, außer so plakativmäßig. Jetzt seht, wir machen das und das, also sind wir jetzt komplett böse. Aber warum macht ihr das? Und so. Und die Auflösung? Ja genau, es ist dieses, Sekten sind gefährliche, aber was, also das ist alles so, okay, ja wissen wir, aber was, warum? Zeig mir doch, dass das, dass das da, dass es da gefährlich ist. Da passiert nichts, wo ich mir denke, oh, jetzt muss ich irgendwie Angst haben. Nee, auch wie sie dann, also anscheinend sind da auch nur sechs Leute, die da immer so rumhängen. Also das ist ja eine richtig große Sekte dann auch vor allem. Also so gefährlich können die dann auch wieder nicht sein. Und beim Ende, Gott, ey, Leute, guckt euch den wirklich nicht an. Darum kann man es ja sagen. Beim Ende fackelt die das da alles so ein bisschen ab. Und da denke ich mir auch, hä, ist das jetzt relativ dumm? Warum? Also sie hat ja in dem Moment auch noch gar keinen richtigen Grund, irgendwie auszuticken. Ach, ganz schlechter Film, ganz schlechtes Ende, böse Sache. Ich finde auch die Motivationen von diesen Leuten auch sehr fragend. Also wie gesagt, die Tochter von diesem Wissenschaftler da, die bundelt dann halt mit diesem einen Typen an, der aus dem Setting gehört. Und ich habe das Gefühl, dass sie an sich nicht blöd ist, also die Tochter. Und die scheint mir auch ziemlich, also eigentlich ziemlich gute Menschenkenntnis zu haben. Warum sie mit dem Typen dann die ganze Zeit abhängt, mit dem bei mir alle Red Flags angehen, weiß ich halt nicht. Es entsteht für mich keine Motivation oder kein Grund, warum sich das überhaupt so weit entwickelt, wie es sich entwickelt. Wie auch schon meins dann. Am Ende haben für mich die ganzen Figuren auch keine Motivation, warum sie das jetzt machen. Und wenn wir jetzt über das Ende-Ende reden, das habe ich auch nicht verstanden. Also ich mag ja auch so offene Enden und so, aber das war einfach nur, das war ein schlechter Abschluss für einen noch beschisseren Film. Vor allem, also man denkt ja, sie ist beim Ende natürlich, wie es klar ist, sie ist dann so ein bisschen in Danger, ein bisschen Gefahr und wird dann auch an so einen See gebracht, der relativ populär in dem Film vorkommt, weil er da wohl irgendwie mehrfach dann so Opfer inbringt. Aber dann ist sie da ja alleine und liegt eigentlich total am Leben, da am Ufer. Und ich verstehe nicht, warum sie dann auf einmal noch ins Wasser geht und dann vor allem fast am Ertrinken ist, weil dafür gibt es ja keinen Grund, weil es ist kein Horrorfilm. Da hatte ich vorhin im Moment gedacht, das switcht jetzt irgendwie, aber warum? Das hätte sich ja noch weniger erklärt. Aber es ist einfach kein Horrorfilm und warum jetzt? Nee. Und ach, das ist, es ist viel, viel, viel Schlechtes und da fällt der Apfel halt nicht weit vom, sehr weit vom Stamm. Nicht vom Stamm wäre schön gewesen, weil da ist jetzt in der Scott-Familie einiges falsch gelaufen, als die junge Dame den Film gemacht hat. Ja, ich muss auch sagen, also schauspielerisch finde ich den auch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Drehbuch beschissen ist. Wahrscheinlich, ich nehme es mal an, dass es einfach das Beste draus gemacht haben, wie es nur ging. Aber es wirkt alles hölzer, es wirkt alles angestrengt irgendwie. Ich konnte keinem die Motivation oder den Grund, warum sie das machen, abkaufen. Es war von vorn bis hinten eine Katastrophe, würde ich sagen. Es tut mir auch leid. Ich wollte ihn eh auch mögen, aber es ging leider nicht. Bei uns beiden ist jetzt schon klar, wenn die Sadie Sink-Army diesen Podcast hört, kriegen wir aber nur noch Shitstorms, egal wo. Weil das hat mich auch sehr verwundert, wenn man dann so Letterboxd oder so durchguckt. Es gibt ja wirklich Leute, die geben ihm dann fünf Sterne oder viereinhalb. Aber auch nur aus dem Grund, weil die so Sadie Sink-Fans sind. Und ich wusste gar nicht, dass sie so riesig ist anscheinend in den USA oder bei einigen jüngeren Menschen. Aber dann habe ich von der anderen Sachen anguckt, die ist ja nicht schlecht. Also da sind ja wirklich gute Schauspieler dabei. Wie gesagt, Sadie Sink, Eric Banner, dieser Junge wird gespielt von Jonas Dassler, der jetzt eigentlich auch nicht so super schlecht ist. Sophie Reuss, Xavier Hox. Das sind ja Leute, die man auch mal in guten Filmen sieht. Aber irgendwie, da muss die Regie, das Drehbuch, ich weiß nicht. Oder ich hoffe, die haben viel Geld gekriegt, dass sie das gelohnt hat. Weil wenn der Film größerer wäre, wäre er auf jeden Fall eine Nominierung für eine goldene Himbeere am Start. Er war so. Ja, also das Einzige, was ich irgendwie gut anrechnen kann, ist, was ich zumindest fand, also der ist, zumindest die Version, die wir jetzt gesehen haben, halb auf Deutsch, halb auf Englisch. Also die deutschen Schauspieler reden halt auf Deutsch und die Englischen auf Englisch. Und ich finde, das funktioniert sehr gut für mich zumindest. Ich mag das, dass sie da nicht irgendwelche Leute drüber synchronisieren lassen oder dann zwingen die Leute im schlechten Deutsch und im schlechten Englisch die ganze Zeit zu labern. Das mochte ich. Ich finde auch gut, dass das so umgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ich fand das auch richtig gut. Mich hat das an, oh Gott, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen. Ich habe letztens einen anderen Film geguckt. Cranko hieß der Film. Aber ich kann mich auch am Namen darstellen. Aber der wohnt wohl auch schon längere Zeit in Berlin. Und der hat dann sein Part auf gebrochenem Englisch halt gesprochen. Der spielt dann Südafrikaner. Und das war richtig cool. Und das genau wie bei dem Film auch, wenn die dann alle in ihrer Ordnalsprache sprechen, weil die Deutschen können ja auch Englisch und andersrum auch einigermaßen. Ich finde ich, das hat schon mehr Flair, als wenn da, wie du sagst, irgendwie ein schlechter Synchro drüber gepackt hätten oder so. Das zieht den Film schon ein bisschen näher an einen ran. Jetzt hätte er nur noch gut sein müssen. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also ich bin ja immer dafür, ins Kino gehen und Filme schauen, aber gebt dafür kein Geld aus. Ich glaube, das zahlt sich nicht aus. Dann geht es lieber nochmal in, ich weiß nicht, Min. Was läuft zur Zeit? Ich einfach verbessere ich 4 oder so. Da läuft es sicher noch. Oder alles steht Kopf 2. Da läuft es sicher auch noch in die Kinos. Das ist wahrscheinlich, ich freue mich mehr. Also es tut mir echt weh, diesen Film da jetzt so scheiße zu finden, aber wenn er halt nicht gut ist, ist er halt leider nicht gut. Und das ist, glaube ich, auch mein Fazit dazu. Also das Positive bei dem Film, dass ich den halt nicht komplett abstrafe, ist, er stört mich halt nicht. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt denke, das nervt mich. Also es nervt mich, wie der Film läuft, aber es nervt mich nichts an dem, was er jetzt erklären oder zeigen will. Er ist halt einfach nur schlecht gemacht. Ja, aber selbst das hat man halt schon 100 Mal gesehen und braucht man das wirklich nochmal. Er erzählt ja die gleiche Geschichte wieder, ohne auch nur einen Funken an Innovation da reinzubringen. Da gebe ich dir recht. Jetzt muss ich sogar meine Bewertung nochmal überdenken. Dieser halbe Stern, den ich mehr als du gegeben habe, den wollte ich irgendwie noch verteidigen, aber es wird schwierig. Die haben auf die Szene gewechselt. Es ist nicht immer die gleiche Szenerie. Da waren Menschen vor der Kamera und sie hatten eine Kamera und sie haben einen echten Orden gedreht. Okay, gut. Und man muss auch sagen, das CGI-Feuer sieht auch schlecht aus. Da ist leider nicht viel Gutes. Man könnte sagen, hin und wieder, wenn man jetzt komplett ausblendet, wo der Film anfängt, wie er läuft. Es gibt so ein paar Momente, wo die beiden zusammen sind und man nicht denkt, dass er halt eigentlich von der Sekte ist. Ey, das könnte ja ein ganz süßes Pärchen sein, die da irgendwo jetzt mal ein paar Pilze snacken. Ich weiß nicht. Bei mir gehen da bei dem Typen alle Red Flags an. Ich kann den, ich habe den keinen in eine einzige Sekunde, habe ich den sympathisch gefunden. Ich fand den Moment schön, als sie sich die Pilze geschmissen haben zu zweit. Das ist der halbe Punkt, den er mehr hat, als den es du gegeben hat. So, jetzt habe ich ihn verteidigt. Aber ansonsten ist das Fazit wirklich. Guckt euch was deutlich Interessanteres an. Es gibt viel bessere Sektenfilme oder Filme über Sekten, die auch mehr ins Thema reingehen, als halt dieses Ding. Und ich weiß nicht. Da kann Papa Scott das Geld anders sparen. Der war natürlich auch Produzent des Dings. Ich glaube, sonst wäre das kaum zu realisieren gewesen, das so hinzustellen. Und es ist schade, dass sowas ins Kino kommt und andere Sachen leider nicht, die deutlich besser sind und nur im Streaming landen. Aber ich sage mal, der wird nicht lange im Kino sein. Wenn ihr ihn sehen wollt, müsst ihr euch also beeilen. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für die... Ich meine, die Besprechung war zumindest lustig, auch wenn die eineinhalb Stunden Filme schauen und auch ein bisschen der Qual waren. Den Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Und mittlerweile gibt es uns auch auf Discord. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Community-Server da joined. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.